Ich bin in der Straße. Frau Weller, komm hier. Ja, du kriegst aber den meisten Kunden. Wer will frei, wenn ich was kaufen von euch? Ihnen geht es mir völlig Konkurrenz. Fünf Bier, vier Euro, Flasche Seck, fünf Euro. Wie sieht es aus aus? Ja, und ich doch. Oh, ich bin aufgerissen. Aber ich muss keine. Das ist nochmal fest. Das ist die Straße, oder? Sie sind echt. Sie sind voll echt. Sie sind voll weiß. Sogar die Nippel hier rein. Sogar so Nippel hier rein. Baby. Herr Karl, das macht gut. 16 Minuten haben wir noch. Das ist geil. Zwei Bier, zwei Euro. Nein, das ist gut. Hast du was gelegt, was? Nachher. Du fährst da hinten. Wie komme ich jetzt? Du fährst fest. Ein Stunde haben wir es drauf. Du bist der Chef? Jetzt nicht da. Chef? Und du? Dann übernimmst du das, Meister. Ich muss jetzt hier arbeiten. Ja, gar kein Thema. Wir warten. Ich habe auch schon lange Feierabend. Ich glaube nicht. Ich bin auch nicht gefickt. Die haben mich gequält. Die hat mich gequält. Das sieht man dir gar nicht an. Ich bin auch frei. Denn jetzt müssen wir langsam weiter, ne? Ja, ich will gerade Elkohil verkaufen. Das geht so noch immer. Ich schaff das noch nicht so wirklich. Wir schauen uns doch unter der Elkamente rein. Das rüberlebt das Gründe. Die andere haben sich aber nicht schön, bitte. Hm? Ist es auch so zieger oder zieger? Ja. 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 Ja.